hallo und herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe von let's test final fantasy 15 der demo version was denn wir sind hier mit den anderen jungs und haben ja gezeltet letzte nacht wo was war da gestanden was war da gestanden nach lagerrichten ok hatten wir ja schon wir gehen mal weiter zu unserer nächsten mission so kann man langsam laufen ich muss zugeben ich habe jetzt ein paar tage pause gemacht gehabt und werde auch was ist da ja und werde auch noch ein bisschen probleme haben hier mit der ganzen steuerung was war da was ist da hinten was war das ok leute sehr schön okay er nimmt dies nein kann mich jemand retten sie hier gerade gar nichts so jetzt in der halte ein schiff kann mich eine halbe richtig angriffslustig hier diese sehr schön action vom feinsten hier nein nein ich bin tot leute 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 misst 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 ich muss mich verstecken danke alter jetzt gibt es krackfleisch hier so läuft aber ich where you want Herr melancholische ich bin tot Ich bin ehrlich, ich drück hier einfach nur paar Knöpfel, weil ich das doch noch nicht so draußen hab. Shit! Alter, da geht's aber auf hier. Ich versteck mich mal hier wo. Savile Zahnkralli. Und füll mal meine MP auf. Hm, was haben wir da? Eine Daune. Okay, Jungs, gehen wir weiter. Wir wollen ja fertig werden hier. Hm, was? Sind da schon wieder welche? Mal umgucken. Das ist schon richtig cool eigentlich, aber wie gesagt, ich muss da wirklich noch mich ein bisschen dran gewöhnen. An die ganzen Kampfmodi und Steuerung. Oh, was ist da? Blut. Ein gigantisches Unterfangen, Aufgabe aktualisiert. Finde Behemoth, Spuren im Nebelwald. Eine von drei Spuren gefunden. Okay, wo müssen wir hin, Leute? Meint ihr, der ist da rauf gegangen? Okay, gehen wir mal da hoch. Sehr schön, sehr schön. Was ist jetzt los? Hey, was machst du da oben? Auf, Weide. Okay, ich teste mal hier noch kurz ein bisschen. Okay, das ist hupfen. Oh, sorry. Oh, sorry. Na ja, ist ja gut. Okay, wir gucken jetzt nochmal und ich höre ein Geräusch. Ich weiß aber nicht, was es sein könnte. Ist das der Behemoth? Wo sind die anderen alle? Ach, da. Okay, Freunde, was haben wir da oben? Was ist das da oben? Oh, Camping. Da gehen wir hin mal. Oh. Oh, Chocobus. Ja. Chocobus finde ich ja sowas von cool. Ach, cool. Geil. Chocobus. Chocobus finde ich ja sowas von cool. Chocobus. Ja. Yeah. Oh, Chocobus. Die sind ja typisch Final Fantasy. Ui. Chocobus. Ui. Chocobus. Ui. Ich will auf so ein Reiten jetzt. Cool. Kann ich sogar untersuchen. Dann machen wir das mal. Aus Sicherheitsgründen bis auf weiteres keine Chocobus Vermietung. Wir bitten um ihr Verständnis. Oh, das ist jetzt schade. Ui. Guck mal. Ui. Sind die lieb. Ja, fein. Guck mal. Oh, sind die süß. Schocobus. Ich will jetzt auf so einem Reiten irgendwie. Hey Ma'am. Kann ich euch ansprechen? Das sind aber voll hübsche Frauen hier, ne? Entschuldigung. Guck mal. Alter, ist das cool. Zuhören. Ja. Ja. Ich liebe die Schöne hier, was ich bei der Haaren anschauen. Ja. We need to practice our Chocobus riding if we're can get any better. Haha. Wouldn't a car be better dear? You silly. How could anything be better than spending time with a Chocobo? Chocobo. I tried some Gizzle snacks and you know what? They're surprisingly palatable. I know. Someday I'll eat Ra Gizzle, just like a real Chocobo. Das ist das. also noch mal okay das haben wir ja gerade schon erlebt okay ist das cool leute chocoboos kann ich hier irgendwie interagieren oder suchen sorry leute ich gehe mal zu dem stand untersuchen was kann ich untersuchen hier weißt du wie viel sternlein stehen damit ihre kinder sie einmal selbst zählen können übernachten sie doch mal was übernachten sie doch mal in unserer in einem unserer wohnwagen und hier ist noch ein schild untersuchen tötet die einhörnchen den einhörnigen benemoth 25.000 gilt was belohnung für horn als jagdbeweis okay okay hey cowboy hier können wir einkaufen cool machen wir doch mal kauf alle zutaten ein und beim zelten verschiedene gerichte zu kaufen okay was kaufen wir das können wir alles kaufen wie viel haben wir 400 kennen wir mal das da haben wir schon genug dann nehmen wir mal so ein effornes filet so ein agir nehmen wir auch mal zwei so ein fongo ongo schwammiger pilz für rezepte mit einem garulo steck oh ja dann nehmen wir mal sie haben nicht so viel nehmen wir auch mal zwei ja und das war's dann haben wir 2000 gilt obwohl wir hätten eigentlich noch was verkaufen können ach nee wir können sowas verkaufen heiltraum gegen mittel metallteile kommt er verkaufen mal beide dann bekommen wir kohle und säbelzahnkralle wertgegenstand eine kralle schimmend wie perlmut kommt er verkaufen wir mal zwei stück was und linden schuppe eines riechendrackens ich weiß nicht kann ich die eigentlich nehmen zu modifizieren ich weiß es nicht mal gucken was wir da noch haben eine kralle eine kralle scharf und schön wie eine klinge die witzige feder eines gelben vogels quasi chocobo räucherfleisch herzhaft geht das jetzt das ganze schießt mich tot kein problem cowboy ich hätte gern so eine chocobo feder da untersuchen weil im verkaufssicherheit gisa chips ein gesundes make nicht nur für chocobo sehr cool und hier ist ein radio kann ich den autos suchen sorry man lauf noch weiter ja ihr merkt vielleicht final fantasy ist es ja jetzt quasi in dem hier und jetzt wo es autos gibt also nicht in dem senne die fantasiewelt so ich weiß nicht wir hätten hier glaube ich alles nicht durchsucht oder ist ein auto können wir mit dem fahren und wir gehen auch mal hier hinter was ist das aussichtsturm was ist das hier kann ich hier rein oder ist noch was da hinten eine daune sehr schön das gucke ich nur mal wie hier rein können können wir hier rein nein können wir leider nicht sorry und hier gibt es hier eine das ist so ein das ist so ein ofen oder so ein so räucherofen oder so ich weiß es nicht cool ich würde jetzt gern mit dem auto fahren was haben wir hier nochmal eine daune sehr schön kann ich mit dem fahren schade das wäre bestimmt cool gewesen mit dem ding aber einsteigen kann ich auch nicht so das ist das ist das ist Hey Jungs, wo habt ihr euch rumgetrieben jetzt? Schaut euch mal die Aussicht an, ey, richtig schön. Gefällt mir wahnsinnig, da kannst du auch wirklich stundenlang einfach nur rumlaufen und nix machen, ohne zu kämpfen. Ich würde aber gerne auf so einem reiten, ne? Das ist bestimmt cool, ey, auf den Viecher zu reiten. Okay, wir gehen weiter, Freunde. Hätten wir mal Rast bei den Chocobos gemacht. Können wir mit dem fahren? Das sind alles so Oldtimer, ne, mäßig. Oh, da ist wieder was. Sehr schön. Wieder eine Daune. Wir gehen mal hier Feld ein und suchen weiter. Nach Hinweisen vor dem Behemoth. Oh, cool und mit Straße, ne? Ich finde das irgendwie keine Ahnung. Es ist nicht so das typische... Können wir den anhalten? Es ist so nicht das typische Final Fantasy, wie man es eigentlich kennt. Es ist halt wirklich... Was ist das hier? Das ist halt wirklich modern, ne? Können wir einsteigen hier? Bis hier auch nicht weiter. Weiter geht's erst im fertigen Spiel. Ah! Ah, okay, also hier ist die Grenze zu dem Demo. Sehr schön, dann müssen wir ja eigentlich nur hier rauf, ne? Müssen wir hier rauf, irgendwo. Und diesen Behemoth finden. Eine Spur haben wir ja schon gefunden. Und ja, sind wir auf der Suche nach weiteren Spuren. Quasi nach dem Beweis der Existenz des Behemoth. Müssen wir bestimmt auch gegen den noch kämpfen. Okay, Kumpel. Komm schon. Der ist gleich kaputt hier. Wow. Na komm schon, Junge. Sehr schön. Mach ihn fertig, Jungs. Yeah. Cool, es gibt Bonus wieder. Sehr schön. Okay, ums weiter geht's. Und hier haben wir wieder noch ein Grundstück. Fango Ongo. Und da ist noch was. Fango Ongo. Jetzt muss ich mal schauen, was das eigentlich alles ist. Gegenstände. Achso, okay. Was war nochmal Phoenix? Fede auch so Gesamtdinghallen, ne? Oh, ich habe ja schon ewig lang auch allgemein kein Final Fantasy mehr gezockt. Das letzte war, glaube ich, wirklich Final Fantasy 13 mit Lightning. Und das war es dann auch schon. Da habe ich das nicht einmal durchgespielt, ich bin so ehrlich und gebe es zu. So, Freunde. Ui, was ist jetzt? Wo ist da was? Wo ist da was? Oh, Jungs, Jungs, Jungs. Kommt schon. Sie schaffen hier locker. Yeah, Nummer Uno. Sehr schön. Da ist ja noch einer. Hier, nimm dies. Okay, wo ist er? Sehr schön. Komm schon. Na, wo ist er? Oh, der hat eine Knarre. Sehr schön. 55 Sekunden. Ja, nur, nur wohin? Können wir da über den Felsen? Ich glaube nicht, ne? Da ist dann ebenfalls die Grenze. Aber da können wir wieder was mitnehmen. Aufgeben. Was? Wo sind die? Oh. Oh, jetzt sind sie aber hier, ne? Okay, die Kamera muss ich noch ein bisschen... Oh, shit. Shit, die sind aber stärker jetzt. Die Kollegen. Ja, jetzt haben wir ihn doch. Sehr schön. Yeah, Sabelt, Sankrali erhalten sogar. Cool. War zwar jetzt doch nicht so ganz perfekt. Weil sie recht gut ausgeglichen sind. Mal gucken, ihr merkt schon, es wird schon wieder dunkel. Was ich nicht so ganz besonders begrüßt. Ja, du 신� Wade und Minden. All das, invariant. Boah, Mann, das ist wirklich auch das. Hau doch nicht. ç Servus, sagst du nicht, ich Community, Minden! Das auch nicht. Schönen Kader, schon das ist alles er hat noch einen haufen leben hier nicht mit uns kollege haben wir es jetzt ja oder wo ist sie alter wo ist sie den habe ich jetzt gar nicht gesehen sehr schön das war doch jetzt mal hier schön spannend und das metallteil leben ja aufgaben ob da noch was und es wird schon wieder dunkel liebe freunde ich weiß nicht wo können wir uns jetzt jetzt muss ich selber mal gucken wegen marken eine lagerstelle wo wir sind ja voll weit welche hier wären wir sind nicht so weit weg da hinten leute kommen hier noch 44 meter leute sehr schön das meine ich auch wir werden das lager errichten wir übernachten und machen wir ein nickele liebe freunde mit ein bisschen launschiger musik die energie konzentration und resistenz darauf trinke ich jetzt mal selber den schluck Wir machen weiter, sehr schön, bekommt jeder und es füllt sich wieder. Ja, jetzt sind wir schon Stufe 10, mit 8 haben wir, glaube ich, begonnen. Sehr schön, es speichert wieder, öde kritische Trefferare. Und es ist wie der Tag, liebe Freunde, es ist die Frage, wo müssen wir hin, ich gucke noch mal auf die Liste, Wegmarken, Kratzspuren, ah, das sind, okay, 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 dann gehen wir doch gleich mal hier, abschreckende Spuren, 214 Meter, liebe Freunde, da unten, wir müssen wieder hier nach unten, ups, das ist, oh, das ist abgesperrt, warum das? Guck, upsala, kommen wir da nicht irgendwo rum, doch kommen wir, und 72 Meter, oh, was war das? Hab ich da jetzt was übersehen? Ach nee, das war nur Deckung. Sehr schön. Ich will das suchen. Ich will das suchen. Wo sehe ich, ach du Scheiße, ach du Scheiße, das sind die Kratzspuren, oder? Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass man hier die Kratzspuren, dass man die da einfach hier so aussuchen kann. Und dann kommt man natürlich da leicht zu dem Ziel hin, ne, als dass man da wirklich, ja, quasi in echt suchen muss. Aber wir können ja trotzdem mal hier ein bisschen rumlaufen. Was sind das? Sind das Chocobus? Das sind schwarze Chocobus. Kann ich die reiten? Ach nee, die hauen ab, okay. Und hier sind die nächsten Spuren. Habitatforschung. Ja, ich hoffe, ich kann meine Angst haben. Aufgabe aktualisiert, ein gigantisches Unterfangen. Geht zu den ungestürzten Bäumen. Ach du Kacke, schau mal wie der gewütet hat. Ja, das ist voll dieses riesen Fisch bestimmt. Was denn da ist der Vollpfosten, ne? Yeah! Auf ein neues, Jungs! Der war aber leicht zu besiegen hier. Hochschul war ich. Wui. Ich muss noch ein bisschen hier mit der Steuerung ... Obacht geben und dann fast sie schon ... Sehr schön! Wo ist der nächste? wir müssen jetzt zu den umgestürzten bäumen versperrte fahrt da müssen wir hin okay wir haben es markiert ja würde ich sagen ist ein bisschen ein kritikpunkt hier dass man wirklich ja quasi sich im wegpunkt setzen kann wo es weitergeht ist natürlich auch neu hier bei final fantasy aber okay ich denke da gewinnt man sich auch da ist ja ja wirklich das erste final fantasy mit open world ist da hinten sind welche idiot komm schon da kommen wir gleich wieder von allen legen doch sehr schön es ist eigentlich ganz leicht zum besiegen sehr schön kommen wir nicht in die gläre kollegen ja der nächste tot kommt schon so nummero zwei was ist das war das jetzt dachte ich würde diese komischen soldaten jetzt muss ich doch noch mal wirklich schauen wir sind in der falschen richtung das sehr schön gehen wir halt laufen wir halt nach hinten denn da kamen wir ja her bei diesen schwarzen schokobus die sind aber zahm oder ja aber die gelben gefallen mir besser irgendwie ja und ich höre ein geräusch ist das der behemoth ja und wo ist jemand hey ja sei doch für uns keine gegner ist die aber Arschtröde verteilt hier. Sehr schön, 34 Sekunden. Jetzt muss ich wirklich noch mal schauen. Okay, wir sind hier schon an der richtigen Seite. Wir müssen jetzt einfach nach drüben laufen. Über die Felsen, so wie es aussieht. Oder? Ey, Idiot! Tada! Da sind wir wieder! Yeah! Wow! Klasse! Yeah! Yes! I must say I'm amazed! It moves well and ends well. Sehr schön! Läuft doch ganz prima jetzt schon langsam. Obwohl ich eigentlich immer nur die gleiche Taste benutze. Wie gesagt, mit der Dauer und bis dann das richtige Final Fantasy rauskommt. Denke ich, haben wir das alles ganz gut im Griff. Okay, und wir müssen doch da rüber. Beziehungsweise darunter. Denn da müsste der versperrte Weg sein. Oder? Das müsste hier oben schon sein, ne? Ich komme hier aber nicht nach oben. Was? Ach du Scheiße. Oh oh. Okay, Jungs. Seid ihr bereit? Jetzt tut nicht so, ey, als ob ihr keinen Bock habt. Ich habe da auch keinen Bock. Okay, wir müssen also hier entlang. Nebelauge, der gefürchtete Beermoth treibt im Wald sein Unwesen bei Vernehmen von Gebrüll sofort fliehen. Oh ja, oh ja, oh ja. Untersuchen. Ach, das haben wir ja gerade gemacht, okay. Okay, Options. Ein gigantisches Unterfangen. Sehr schön. Wegpunkt gesetzt. Wir laufen mal so entlang. Ach, du Neune. Ach, du Gott. Ach, du Kacke. Die Jagd auf den Beermoth ist extrem gefährlich. Stärke dich aus, Zeigen. Zum Beispiel durch eine Übernachtung. Wir haben hier noch was. Eine Daune. Komm schon. Du bist die Vorspeise hier. Von Beermoth. Oh, die sind jetzt aber hier richtig, ne? Die gehen hier doch mal richtig ab, hier, liebe Freunde. Sehr schön. Yeah. Und der nächste kaputt. Ja. 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 Das ist hier ganz schön neblig geworden, ne? Sind wir hier richtig nah, ne? Wir müssen da rüber. Das gefällt mir überhaupt nicht, dass es hier so neblig ist. Da kommt was auf uns zu. Ich fülle mal meine Lebensanzeige auf. Kurz, aber es dauert schon recht lange, ne? Okay, wir müssen doch nah nach oben. Können wir hier raufklettern? Nein, schade. Oh, und hier haben wir noch was. Eine Daune. Hier geht's weiter, Freunde. Ich geh mal hier in Deckung. So wie's aussieht, ist die Luft rein. Oh, und das ist neblig. Und nochmal eine Daune gefunden. Oh, 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 oh. Durchzwingen. Ganz vorsichtig da entlang. Oh, 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 oh. Und der ist da, denk ich. Ach du Gott. Die schön schmatzen. Ach du Gott. also ich halt auch gerade die luft an hier das ist ein riesen Viech oh oh Alter Verwalter! Ist das ein Viech, liebe Freunde? Ja, los geht's. Wollen wir jetzt gegen den kämpfen? Der ist voll groß, ne? Alter, was ist das für ein Riesenviech, ey? Ja, und nun? Er ist rechts blind. Sicher seid im Kampf. Gut zu wissen, dann greifen wir ihn von rechts an. Alter, was machen wir jetzt? Okay, wir greifen ihn jetzt anscheinend von da drüben an. Nein! Erstmal gegen diese Typen hier gewinnen. Was eigentlich kein Problem darstellen sollte. Sershu, yeah! Scheiße! Komm schon! Komm schon, Kumbel! Alter, sehr, sehr hektisch hier alles. Sehr schön, der gehört mir! Bäm, 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 bäm! Okay, der ist ein bisschen hart, ne? Guck mal, aber den haben wir auch gleich. Oh, schwere Geburten, ne? Oh, hier ist nichts leblich. Ich versuche mich gerade ein bisschen... Ui, 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 ui. Durch meine Kopfhörer höre ich die natürlich... Übelst krass hinter mir gerade. Durchzwängen. Sehr schön, Freunde. Wir sind hier richtig. Gleich sind wir da. Gut, es wird immer neblicher hier, Freunde. Ach, du Scheiße, da vorne ist er. 20 Meter von uns entfernt. Ich hebe nochmal die Daune auf. Ach, du heiliger Kuh, Mist. Ich hebe noch diese Daune auf. Ach, du Kacke. Ach, du heilige... Oh, Gott. Freunde, jetzt gibt's ne Schlacht. Was muss ich jetzt machen? Folge dem Behemoth, unbemerkt zu seinem Unterschlupf. Du darfst ihn auf keinen Fall von ihm entdecken lassen. Oder ihn aus den Augen verlieren. Okay. Okay, dann verfolge ich ihn, Mann. Okay, 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 okay. Bei Final Fantasy 10 Er�neril, wo wir ihn beschwören, Aiuiuiui. Mein Riesenviech... Ein Riesenviech, ich glaub, bei Final Fantasy 10 ... ... hatten wir den Behemoth, konnten wir ihn, glaub ich, beschwören. Falls ich mich nicht irre. Ich muss echt aufpassen, dass er mich nicht entdeckt. Ich kann es kaum glauben, den wollen wir echt besiegen hier. Du kämpfst ja eine halbe Stunde gegen den. Der läuft doch auch nur im Kreis, oder? Ist das spannend. Wo sind die anderen eigentlich alle? Richtig spannend hier gerade. Jetzt ist der da drüber. Und nun, du hast das versteckte Behemoth ausfindig gemacht. Zwänge dich durch die Öffnung und zum Eingang der Ruinen. Bleib hinter dem Behemoth. Ja, da quetschen wir uns doch mal durch, ne? Ich kann es ja. Oh. Bleib hinter dem Behemoth. Begib dich zu den Ruinen. Hey Jungs, alles fit? Okay, wo müssen wir jetzt hin? Ich guck mal. Zu den Runen. Ich hab mal einen Wegpunkt gesetzt, liebe Freunde. Okay. Ist die Zero. Ist die Zero. Da, 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 da. Zwischenspeichern. Zwischenspeicherraten werden nur vorüber gehen. Angelegt nach einem Game Over vom letzten Checkpunkt aus zu starten. Sie werden gelöscht, wenn du das Spiel wie endest. Zum Titelbildschirm zurückkehrst oder irgendwo übernachtest. Aha, das heißt, wir sind kurz vor dem Kampf, so wie es aussieht. Und es wird dunkel, das gefällt mir ja jetzt mal wieder alles. Nur überhaupt nicht. Seid ihr da eigentlich? Hey, wo seid ihr? Ihr Flachköppel. Wo ist das? Das ist einer von uns, ne? Bin ja schon unterwegs. Shit. Da hinten läuft er, Freunde. Ihr werdet die Aufgaben aufteilen und ihn so überwältigen. Ich fürchte, ihr müsst Lockvogel spielen. Hoheit, verzeiht, dass euch diese gefährliche Rolle zu Teil wird. Schon gut, ich erkläre, nun den Schlachtplan kommt. Hört ihr irgendein Schlachtplan an? Prompto. Ja? Promptos Aufgabe, der Öltank mit einem Schuss zur Explosion zu bringen, um den Behemoth damit schwer zu verletzen. Okay. Ja, Sir. Gladio. Gladio's Aufgabe, den Behemoth durch einen Angriff von rechts aus dem toten Winkel abzulenken und Prompto so eine Gelegenheit zum Schuss zu schaffen. Gotcha. Und weiter. Was machen wir jetzt? Guten Eindruck, oder was? Was machen wir jetzt? Eines. Fokus. Ja. Oh, Mann. Hörer. Ich mich nur an die Knochen. Okay. Neuro. Dann einfach nicht mehr fühlen. Ja. Ah, okay, okay, okay. Ja, bei allen Menschen. Sehr schön. Und nun? Ich muss ihn jetzt locken, habe ich das jetzt richtig verstanden? Okay, okay. Hey, du Waschlappen! Okay, ich habe eine Idee. Kann ich hier was machen? Nee, ne? Hey, B.M.O.S. Waschlappen! Das ist der Zeit. Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Ja! 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 Wir haben eine wirkliche Chemie hier. Das ist das, was ich kenne, Teamwork. Impeckabel. Komm schon! Sehr gut. Nee! Puh! Wir sind hinter uns! Das ist kein Zeitpunkt für ein Ratsch! Nicht! Ach du, jetzt kommt der finale Fight, der BAMOS ist durch eine Verletzung auf dem rechten Auge blind, greife seine rechte Flanke an, wo ist rechts, Windebrunde? Boah, shoot, shoot, shoot! Shit, 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 jungs, 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 helft mir! Sehr schön, jetzt kommt schon! Können wir hier mal ein bisschen was machen? Boah, shit, jungs, 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 ich mach mal Pause, nein, Pause wollte ich ja nicht, ich wollte einen Gegenstand, Heiltrank! Boah, shit, 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 jungs, 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 jungs! Nein! Ich lief vor dem BAMOS, scheiße, 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 scheiße! Hey, jungs, 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 lasst mich nicht allein! Nein! Jungs, alter, jungs! Nein! Ich bin tot, ne? Fuck! Ich bin gestorben vom letzten Checkpunkt fortsetzen, freilich, liebe Freunde, freilich! Aber die haben mich da ganz alleine gelassen, ne? Fand ich jetzt auch nicht grad okay von meinen Kollegen, aber okay, ne? Müssen wir damit leben! Jetzt wissen wir, wie der Hase läuft, ne? Ich muss doch viel mehr auf der rechten Seite, weil, wie gesagt, ich hab's noch nicht so drauf, es tut mir leid. Ist jetzt gerade meine zweite Stunde, die ich da spiele, dieses Spiel. Und ja, sei's mir doch vergeben. Aber der Ladebildschirm braucht recht lang, ne? Sehr schön, okay, Jungs! Okay, Jungs, das hat ja eigentlich soweit ganz gut klappt, ne? Aber wie renne ich nochmal schnell? Gar nicht, ne, wie's ausschaut. Ich kann ja gar nicht mehr schnell rennen. Jaja. Gut, mach mir halt das ganze Zeug nochmal. Da ist, äh, die süße kleine Behemoth. Ja, das kennen wir ja schon alles. Ja, ja, können wir ja alles? Jaja, Angriff von rechts, toter Winkel, kennst dich aus. So. Und wir müssen jetzt da rüber, ne? Jo, ne? Sagst du jetzt noch was? Ich weiß es gar nicht. Hat er vorhin was gesagt gehabt? Heiners. Fokus. Ui, da schläft er. Jo, machen wir. Okay. Hey, Zipfelglatsche. Komm her. Guck, guck. No time to dilly dally. Come and get me. Over here. It's time. Let's go. Let's go. Oh, yeah. Oh, yeah. We got some real chemistry here. That's what I call teamwork. Impeccable. Witzig. Ah, da ist einer wütend hier. Alter, richtig, richtig cool. Rechte Auge ist ein blinder Kerl. Wow, Alter, verwaltet. Okay, Jungs, was macht man? Ich weiß nicht, soll ich ihn angreifen schon, ne? Ja, eigentlich. Bäm. Von welcher Seite hier ist es nix? Ich flieh vor den Behemoth. Alter, alter, Tachosprung. Shit, 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 shit. Jungs, kommt schon. Rennt, Leute, rennt, rennt, alter. Scheiße, 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 wie renne ich nochmal schnell? Okay, jetzt weiß ich's. Fuck. Jungs, Jungs. Alter, lasst mich nicht allein hier. Penner, ohne Witz. Alter, lasst mich nicht allein hier, Penner. Halt mich einer, 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 halt mich einer. Boah, jetzt aber nix wie durch hier. Wow. Shit. Puh. Alter, den bisherigen Spielsportschritt speichern, natürlich, speichern wir das. In der Nähe gibt es einen sicheren Ort, wo wir unser Lager aufschlagen könnten, im gigantischen Unterfang. Aufgabe, finde eine Lagerstelle. Das werden wir, denke ich, noch hier machen. In dieser Folge. Genau. Werden wir uns noch ausruhen, liebe Freunde, und dann wird es auch für dieses Let's Test, für diese Folge, wird es das auch gewesen sein. Jokobo, ich finde einen wilden Jokobo im Schatten der Bäume, cool. Obwohl, vielleicht schaffen wir das noch. Ich denke, das werden wir erst in der nächsten Folge machen, liebe Freunde. Alter, wie kann ich noch mal schnell rennen? Okay, okay, also mit Viereck. Ist gut zu wissen, aber wir werden jetzt unser Lager aufschlagen. Was denn? Okay, wir haben diesen Behemoth nicht geknackt in dieser Folge. Wir haben keine Chance. Ja, das habe ich gemerkt. Solange wir ihn in einem unnachtsamen Moment erwischen. Vielleicht kommen wir auf dem anderen Weg an das Geld. Wir sollten uns in der Gegend... Von Battlekönig zum Prügelknaben. Fragt den Betreiber der Jokobo Ranch nach Information. Finde eine Lagerstelle, ja. Erledige den Beonoth, gib nicht auf. Ja, das werden wir machen. Aber alles in der nächsten Folge. Zeit für eine Pause, liebe Freunde. Und das werden wir auch machen. Wir werden hier unser Lager einrichten. Ja. Und ich sage danke fürs Zuschauen für diese Folge von Let's Test. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es richtig cool, gegen den Behemoth zu kämpfen. Und ja. Vielen Dank. Wir essen jetzt mal und haben. Machen uns ein schönes Lagerfeuer. Und bis zum nächsten Mal bei Let's Test Final Fantasy 5. Äh, 5 sag ich schon. 15, die Demo. Danke. Und bis zum nächsten Mal. Euer Franconia. Ciao. Ciao. Ciao.